Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Lernvideo von Plakos. In diesem Video erfährst du, wie du dich auf das Polizeiauswahlverfahren in Schleswig-Holstein optimal vorbereitest. Fangen wir also an. Das Auswahlverfahren bei der Polizei Schleswig-Holstein wird an zwei nicht aufeinander folgenden Prüfungstagen durchgeführt. Am ersten Tag erwartet dich ein Diktat, ein Intelligenzleistungstest und der Sporttest. Du musst alle Prüfungen bestehen, um zum zweiten Prüfungstermin eingeladen zu werden. Am zweiten Tag erfolgt ein Einzelgespräch und die polizeiärztliche Untersuchung. Bewerber der Laufbahngruppe 2.1, gehobener Dienst, müssen zusätzlich ein Sprach- und Bildungstest, Tag 1, sowie ein Kurzreferat, Tag 2, absolvieren. Der Intelligenzleistungstest Bei diesem klassischen IQ-Test werden zentrale Kompetenzen wie logisches Denken, Konzentrationsfähigkeit, abstraktes und visuelles Denkvermögen bewertet. Es werden dir beispielsweise Figuren und Symbole gezeigt, die du entsprechend der Aufgabenstellung auswählen oder zuordnen musst. Das Diktat Deine Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse werden mit einem Diktat ermittelt. Das Diktat umfasst ca. 250 Wörter und du darfst höchstens 10 Fehler machen. Ein kurzer Tipp, bereite dich im Vorfeld mit dem Übungsdiktaten vor. Nach dem Diktat stehen die Ergebnisse der Intelligenztests bereit und du bekommst Bescheid, ob du weiter im Auswahlverfahren teilnehmen kannst. Für Laufbahngruppe 2.1, Sprach- und Bildungstest Dieser allgemeine Bildungstest beinhaltet Multiple-Choice-Fragen zu den Bereichen Deutsch, politische Bildung sowie Natur und Technik. Noch ein Tipp von mir, bereite dich im Vorfeld ausreichend vor und bleibe ruhig und konzentriert. Die Sportprüfung der Polizei Schleswig-Holstein umfasst eine Disziplin und zwar einen Hindernisparcours. Außerdem musst du einen Schwimm-Nachweis erbringen. Der Hindernisparcours Den aufgebauten Parcours und seine Hindernisse musst du folgendermaßen überwinden. Laufe los und überwinde das erste Längspferd. Laufe weiter zum Stufenbahn, tauche unter den ersten Holmen durch und klettere über den zweiten. Laufe nun weiter und überwinde das zweite Pferd. Danach über das nächste Kastenteil springen und hindurchklettern. Als letztes musst du eine Vorwärtsrolle über eine Bodenmatte machen. Nach 4,5 Durchläufen ist der Parcours geschafft. Ein kleiner Tipp von mir, die Polizei Schleswig-Holstein bietet ein Erklärungsvideo zur Sportprüfung an. Nur wenn du auch die Sportprüfung bestehst, wirst du zum zweiten Auswahltag eingeladen. Tipp von mir, beginne bereits 6 Wochen vor dem Einstellungstest mit Konditionstraining und Kraftsport, um am Auswahltag auf Nummer sicher zu gehen. Die mündliche Prüfung der Polizei Schleswig-Holstein soll einen Einblick in deine soziale Kompetenz, Belastbarkeit, Leistungsmotivation und Persönlichkeit geben. Das Einzelinterview ist ein klassisches Vorstellungsgespräch, mit dem deine Kompetenzen, persönlichen Vorstellungen und deine Motivation geprüft werden. Auch Wissensfragen zur Polizei Schleswig-Holstein und dem aktuellen Geschehen sind möglich. Der Bewerber darf sich hier vorstellen und muss ein paar freie Fragen zu sich und seiner Selbstpräsentation beantworten. Es wird auch gefragt, ob und wann man bestimmte Situationen schon einmal erlebt hat und wie man damit umgegangen ist. Ein letzter Tipp von mir, nicht nur deine Antworten zählen, achte auf deine Ausdrucksweise, deine Empathie und dein Auftreten. Für die Laufbahngruppe 2.1 – Gehobener Dienst Das Kurzreferat Hier sprichst du ca. 7 Minuten über ein Thema aus den Gebieten Gesellschaft, Wissenschaft und Politik oder Natur und Technik. Du darfst dir das Themengebiet selbst aussuchen und dich eine halbe Stunde vorbereiten. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Die polizeiärztliche Untersuchung Die polizeiärztliche Untersuchung der Polizei Schleswig-Holstein dient der Ermittlung deiner Polizeidiensttauglichkeit. Die Untersuchung umfasst unter anderem einen Hör- und Sehtest, ein Belastungs-EKG sowie eine gründliche körperliche Untersuchung. Nach Feststellung deiner Tauglichkeit wirst du in einer Rangfolgenliste eingeordnet. Wir hoffen dir einen guten Überblick zum Auswahlverfahren bei der Polizei Schleswig-Holstein gegeben zu haben. Um das Auswahlverfahren zu bestehen, solltest du dich in jedem Fall gut darauf vorbereiten. Unten haben wir dir passende Lernmaterialien bestehend aus Kursen, Apps und Büchern verlinkt. Schreibe uns gerne in die Kommentare, wenn du noch Fragen zum Einstellungstest hast. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen hoch. Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht dir dein Plakus-Team.